hey leute hier sind wir auch noch dabei die von die baddys zocken und heute werden wir mit dem spawn insel gewinnen ja wir werden zur spawn insel fahren und dort loot holen und dann wieder zurück und wir müssen den sieg rausholen das ding ist leute wir dürfen natürlich viel verwenden damit wir zur spawn insel überhaupt mal hinkommen und dann wieder zurück aber alles was wir davon hier gesammelt haben und das nicht von der spawn insel ist müssen wir dann auch wieder wegwerfen wenn wir zurück sind also dass da keine unfairen bedingungen sind es ist dann wirklich wenn wir zurück sind nur der loop von den spawn inseln erlaubt und ja ich würde sagen wir landen hier direkt beim boot holen uns vielleicht kurz ein paar bandages und vielleicht ein paar angeln zum fischen damit wir halt die dritte nach hinten überleben weil wir bekommen da hinten zu unternehmen und dann sehen wir uns wieder wenn wir fast bei der insel sind let's go mit dessen langer Weg zu halten jetzt müsste aber dann gleich kommen dass wir bei den unsichtbaren wandeln auch noch ein grün fisch ich kann echt lange dort überleben jetzt wie viele fische hast du jetzt noch neun fische und bandages nämlich gerade okay perfekt dann müssen wir aussteigen ich hoffe das boot bleibt hier weil da könnten wir schneller zurück auf jeden fall jetzt müsste es gleich so weit sein dass wir aus der perspektive rauskommen und zur insel schwimmen können kommen sogar wir fetzen schon vorbei jetzt okay auf geht's jetzt müssen wir alles hier mitnehmen und hoffentlich sind noch waffen jemand ja klar man also ich habe auf jeden fall wie wir es gestern probiert haben schon waffen gesehen hier also ich glaube die sind ja ich weiß nicht ob die neue spawn wenn die runde startet oder ob es der loot ist den man so so hatte ich sie da was blau ist ja ich schwimmen dahin ist es ja ich schwimmen auch hin komm schon wir schauen wir haben eine pistole oder es was ist das smg smg ok ich nehme diese oder nimm du die direkt geht auch ich guck dann noch weiter also die erste waffe haben wir das ist schon mal gut die erste zone ist dann gleich vorbei wir müssen dann so schnell zurück noch dazu blau smg ist nicht mal so belastend kann man kann man zocken da ist ja hier smg nochmal ich esse jetzt den lilan fisch mal ok jetzt müssen wir echt durchgucken ob wir hier irgendwo krassen loot sehen das wäre natürlich geil gewesen wenn wir von anfang an bisschen beobachten hätten können wo der krasse loot ist aber die runde ist gleich losgegangen hier ist noch eine shotgun eine grüne bei mir ja hol ich dann ich habe eine grüne pump eine blaue pump perfekt und ja ansonsten ist es glaube ich relativ bitter ich würde sagen wir wären auch eine blaue smg in der podcast ok ja geht es geht eigentlich klar ich würde sagen ich hole mir die smg und dann gehen wir zurück auf die zone Digger wir sind hier links oben wir müssen das ist ein prank jetzt müssen wir echt schnell sein ich glaube ich habe insgesamt acht große noch und zwei kleine ich würde sagen wenn das boot noch hier ist auf zum boot oder ja da hinten ist es es steht still ich glaube wir können mit dem boot zurück sieht auf jeden fall gut aus hier noch mal kurz ein fisch hier liegt auch noch mal eine sniper aha ich nehme die mit komm jetzt habe ich eine sniper perfekt und acht große fische ich hoffe echt dass wir das überleben also wir dürfen bis zur zone rein mit den fischen und dann müssen wir die auf jeden fall wegwerfen und ja ich hoffe das geht sich aus eine minute haben wir noch ich werde auf jeden fall keine fische mehr haben so ein wenig ist das ja kann gut sein ich will auf jeden fall fahren steigt noch nicht ein sonst zuckert es wieder automatisch los also warten noch bis ich dort bin dann im eiles tempo zurück würde ich behaupten schnell 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 ja ja warte chill ich muss auch noch ein fisch gönnen jetzt 321 go komm und jetzt zurück ich hoffe das funktioniert jetzt einfach mit boost sogar so weit digga es schlagt einfach automatisch die richtung ein ich kann nicht mal was machen ok funktioniert ich kann hingucken wo ich will es lenkt einfach automatisch zurück ok da sehen wir schon die zone guck ist ja wunderbar man ich droppe dann in der zone auf jeden fall noch einen großen fisch wir haben gar keine metze einfach wir müssen noch metze holen links von uns sniper schuss das wird jetzt ja dann lass rechts von uns gegner alles krank absolut nicht geil warte oh ne das ist nicht gut ich darf noch kurz den fisch essen ich droppe hier meine fische bei mir hier drinnen ja ich versuche gleich hoch zu kommen oh gott ich habe halt keine loot ich bin tot ich bin so gut wie tot ja 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 du kannst wiederbeleben kann ich zu editieren wiederbeleben Achtung gegner ja ich weiß Achtung nice du musst nur machen und wiederbeleben ich hoffe wir werden jetzt nicht ah er ist da er ist da er hat noch dazu die op smg du musst mit shotgun one shot ja ja leute wir sind wieder hier bodys diesmal richtig nahe angedockt ich droppe benni noch kurz zwei große fische ich hoffe wir bekommen jetzt richtig Barbarloot komm muss sein wie ist die zone ey es ist einfach eins zu eins die gleiche zone die selbe zone ja moin okay alles klar in die zone komm dann längst wieder gegner das ist schon nein ja das ist so leicht für mich einfach digger da ich habe nichts mehr zu bauen bin tot fahr digger jetzt sterben wir wieder direkt das geht es doch nicht das ist halt ident dieselbe zone ich lerne alles ich zieh grad sowas von durch den einen fisch darf ich noch essen ich habe nicht mehr alle leben man ja ich habe keine meds nichts nein man ist krass ist echt krass krass gelaufen einfach lächerlich sehr geile runde eins zu eins wie das letzte mal läuft ja lagerfeuer ehre genau das ist jetzt die frage ist er noch hier nein er ist da perfekt let's gooo gut damit wäre es möglich 200 leben sind auf jeden fall am start und jetzt gechillte 200 leben perfekt noch ein bisschen holz und dann kann ich eigentlich fighten also wenn ich welche abballer dann sind es definitiv die die sexy shot richtig wichtig mann warum pusht du hoch schau mal siehst du mann ich geh runter hab ich ja gar keinen bock hab ich zonlack hab ich zonlack hab ich zonlack ja machen wir den hier aber das problem ist ich habe kein heal ich muss die eigentlich töten ich muss auf die kills gehen oder mit 100 leben werde ich safe nicht gewinnen problem ist wenn du auf den kill gehst wirst du auch leben verlieren und dann wird es gegen den anderen noch schwieriger ich muss auf attacke gehen nice shot kein nice shot ein auch aber jetzt ja das kann ich nicht gewinnen Gewinnt halt sonst einfach. Ja, was willst du tun, Mann? Er hatte 55 HP. Wie viel hat der andere? Jetzt bin ich gespannt. Er hat den Mad Kit. Okay, das wäre sich eh nicht ausgegangen. Aber mit dem Mad Kit, was ich da bekommen hätte, vielleicht. Er unten hat eine Bandage Gun. Ja, okay, das war's. Er hätte es niemals gewinnen können. Ah, Ripp, Mann. Fisch hat er auch. Fisch hat er auch, ja, unmöglich, also. Leute, los geht's. Runde 3. Was bekommen wir dieses Mal an Loot? Wir haben richtig viele Fische. Also wir werden hier jetzt lange überleben. Haben eine gute Zone erwischt. Also es könnte eigentlich nicht schöner laufen. Bandages werde ich auch nicht mehr einsetzen, weil da muss ich immer stehen bleiben. Hey, die Zone ist wirklich da ganz oben. Schöner könnte es nicht laufen, Leute. Wir sind jetzt auf jeden Fall drinnen. Wir müssen dann noch Mads fahren. Und hier sollte auf jeden Fall keiner sein. Wenn uns jetzt da wer holt, dann fresse ich echt ein bisschen. Ich steige direkt aus. Ich gönne mir die Fische. Und dann müssen wir die wegwerfen. Ich werfe meine weg. Du hast deine hoffentlich auch gleich weggeworfen. Ich war hier vor ein Nuten. Hier gab es auf jeden Fall einen Raketenwerfer mit Minis. Hätte ich gerne gehabt. Dürfen wir aber leider nicht. Und jetzt müssen wir die Runde holen. Auf geht's. Versuch Nummer 3. Ich komme von der anderen Seite. Digga, ich werde einfach von einem anderen Team noch abgeballert. Holy shit, ich bin so weak. Du musst... Okay, ein paar Mads habe ich bekommen. Einer Headshot wieder. Minis 90. Okay. Ich muss irgendeinen Lucky Shot aushauen. Ich schieße ihn runter. Er hat Connected. Ich schieße ihn runter. Achtung. Er ist hier unten drinnen. Läuft runter. Es fällt alles zusammen. Hat Minis 90. Die anderen Fakten halt so hart ab. Habt ihr einen? Nice. Der andere ist hier Südosten irgendwo. Ist down. Digga, ich brauche Hilfe. Ja, ja. Ich auch. 14 HP. Ich werde gespamt. Ich bin tot. Keine Mads mehr. Ich habe Mads hier drinnen bei mir. Wo ist denn der andere? Komm rein. Ich komme nicht mehr rein da. Fuck mein Gott. Ich bin jetzt... Der andere ist bei mir. Ja. Das ist eben nicht meine Wand. Er wollte mich einfach finishen. Was ist los bei ihm? Ja. Ja. Na gut. Was sollst du tun gegen 2er Team jetzt? Mit krassen 16 HP. Digga, ich bin so top. Ja, ich weiß, dass ich Mads habe, aber... Nimm meine Hand. Nicht den Stein. Digga, was spain die denn alle so? Ich muss jetzt einen Lucky Snap draus haben. Einfach bauen, was geht. Und hoffen, dass ich nichts mitbekomme. Oh, der ist ja ganz oben. Ich muss mich auch die ganze Seite oben hin. Digga. Was willst du tun? Wo ist er denn? Ich habe es noch immer nicht gecheckt. Oh, der ist ja da. Du musst zumindest mal den High Ground. Ja. Jetzt kommt er gleich wieder Raketenwerfer. Das war das denn. Ich geh runter. Okay, der eine ist runter. Jetzt bauen die sich ein. Ist das der? Der hat sich auf 16 HP. Die haben noch nicht einmal getroffen. Fuck. Jetzt stößt alles ein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hatte 16 HP, Mann. Er hatte 10 HP. Ja, moin. Was? Das ist ein Mate? Das habe ich nicht gesehen. Oh, schade. Mehr SMG. Leute. Wieder da. SMG ist am Start. Und was liegt hier oben? Eine Shotgun. Und zwei SMGs liegen hier. Mehr können wir eigentlich nicht mitnehmen. Ich gehe sofort runter. Oh, du hast ein bisschen zu viel gesnackt, Kollege. Du hast ein Schild bekommen. Musst den Fisch loswerden. Keine Zeit. Wo ist denn unser Boot? Ah, da hinten. Ich komme sofort wieder zurück, dann. Ich habe keine Shotgun. Ja, geht nicht anders, Mann. Die Zone ist absolut minus. So, Leute. Wir sind in der Zone. Ich gehe in den Busch. Äh, Busch ist nicht mehr hier. Ich droppe hier ganz am Rand meinen ganzen Heal. Und jetzt heißt es kurz mal... ein bisschen mehr zu fahren und dann ab in die Zone. Und die Runde gewinnen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon... Leute, es ist, glaube ich, Runde 6 oder so, die wir probieren. Wir sind jetzt zweimal bei der Insel vorbeigefahren. Ganz klassisch. Extrem leid. Ja doch, ist Runde 6, oder? Zweimal bei der Insel vorbei. Und ja. Jetzt müssen wir hoffen, dass hier keine Gegner sind. Und dann noch Leute holen. Auf geht's. Ah, die fighten da noch. Sind wirklich alle dort. Ja, sag ich doch. Das schnell einfach... Einer ist genockt. Oh mein Gott, da könnte nur einer überleben. Wir müssen hin. Ja. Wir müssen hin. Wenn da jetzt nur einer überlebt, das wäre so geil. Und? Ich glaube, er hat ihn gefinisht, oder? Ja, die fighten noch. Wir zwei gegen zwei Solos. Das ist unsere raute, Leute. Ich bin nur ein Stück weg. Ich nehme hier nochmal Mads mit. Ich habe einen. Let's go. Wir haben nur noch ein Gegner, oder? Ja. Warte. Ja, ein Gegner. Nice. Ich bauche hier gerade noch... Warte, ich will den wenigsten 10. Er ist 25. 25 der letzte. Das ist die Runde. Die haben wir einfach die letzten zwei. Stopp. Aber dann haben wir es endlich geschafft. Wir werden vor allem irgendwo bauen, oder? Ja, habe ich auch gehört. Ja, hier drin ist er. Okay, ich gehe mal runter. Okay. Hat das eine Falle platziert? Ja, ich sehe es. Ich habe nicht viel Muni. Das ist das Problem. Da liegt Muni. Er baut das alles ein. Ja. Warte, ich baue hier ab. Achtung, nicht. Da ist eine Falle unten. Achtung. Du sprichst da. Ja, zieg halt zu. Ja, ich habe Schuss bekommen. SMG-Schuss. Ich habe 230 jetzt. Ich glaube, der hat nicht viele Mads, aber es ist ein Schwitzer. Ich sehe den unter mir hier. Oder auch kein Schwitzer. Der ist weak. Und das Schloch. Schlecht. Wo ist er? Ich bin nicht in die Falle reinlaufen. Ja, ja. Da ist er drin. Das war's. Wir haben sie. Mit dem Loot, Mann. Ja, mit Spawn-Insel-Loot gewonnen. Ich habe die zwei Waffen da. Herrlich. Ja. Richtig geile Waffen. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das mit der Runde schaffen, weil wir jetzt mit Abstand den beschissensten Loot überhaupt hatten. Aber ja. Geschafft haben wir es. Leute, wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen uns wie immer morgen beim nächsten Video. Hau rein. Und ciao. Ciao.